Ein langer Weg, Katrin Saas ist jetzt seit 25 Jahren trocken. Katrin Saas, 66, spricht über ihren Kampf gegen die Alkoholsucht. Die Schauspielerin ist auf der Leinwand überaus erfolgreich. Für ihre Rolle in Goodie Bee, Lenin an der Seite von Daniel Brühl, 44, erhielt sie beispielsweise die Ehrennadel der goldenen Leinwand, außerdem zahlreiche Fernsehpreise und weitere Auszeichnungen. Doch mit dem Ruhm kamen auch Schattenseiten, nun spricht Katrin über ihren langen Weg aus der Sucht. Im MDR Riverboot erinnert sich die Charakterdarstellerin an ihre dunkelste Zeit zurück, daraus bestand 20 Jahre mein Leben. Ich bin daran fast gestorben und habe nach 9 Stunden ohne Alkohol diesen berühmten Entzugskrampf. Da bin ich dann ins Krankenhaus. Ihre Sucht habe Katrin ihrer vermittelt. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich lasse mich gern ins Leben fallen und es ging immer weiter, zeigt sie sich optimistisch.